Was ihr wissen müsst, hier gehen direkt die Maschinen, steigen gerade nebenan. Man hat hier den ganzen Tag ein bisschen Fluglärm. Das muss man einfach ein bisschen, das geht direkt hier hinter dem Hotel, kommen die Maschinen raus hier unten. Und das sind auch welche im Meer. Untertitelung des ZDF, 2020